Liebe Damen und Herren der Ampelkoalition, in der letzten Legislatur habe ich 40 Mal am Ende meiner Reden die Abschaffung des Paragraph 219a gefordert. Bitte setzen Sie auch dieses Versprechen schnellstmöglich um. Bei zwei Minuten Redezeit brauche ich jeden Satz für Digitales. Vielen Dank. Denken Sie an Ihre Redezeit, bitte. Letzter Satz. Der eine muss immer kommen. Ich bin im Übrigen der Auffassung, dass Schwangerschaftsabbrüche und sachliche Informationen dazu nicht ins Strafgesetzbuch gehören. Paragraph 219a muss weg. Kollegin, herzlichen Dank. Ich erspare mir jetzt jede Merkung zu den letzten Sätzen. Im Übrigen, Sie ahnen es, bin ich immer noch der Auffassung, dass Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen nicht ins Strafgesetzbuch gehören. Paragraph 219a gehört abgeschafft. Und wenn Sie es nicht mehr hören können, helfen Sie, es umzusetzen. Heute haben wir die Gelegenheit dazu, dieses Haus kann namentlich darüber abstimmen. Ich gucke vor allem in die Richtung der SPD. Fragen Sie Ihr Gewissen. Stimmen Sie der Abschaffung von 219a zu. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen immer noch nichts im Strafrecht verloren haben. Paragraph 219a gehört endlich abgeschafft. Ich gebe die Hoffnung für 2021 nicht auf, dass wir das schaffen. Und da Dr. Henel das auf Ihrer Webseite nicht mehr tun darf, werden diese Informationen ab sofort auf meiner Webseite zu finden sein. Im Übrigen bin ich, wie immer, der Meinung, Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen haben nichts im Strafrecht verloren. Paragraph 219a gehört abgeschafft. Und wenn wir es in dieser Legislatur nicht geschafft haben, in der nächsten muss das endlich fallen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Donscheid-Berg.